Hallo und herzlich willkommen liebe Zockerinnen, liebe Zocker. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist wieder euer Punky und heute habe ich etwas ganz Interessantes und Neues für euch mit dabei. Ihr fragt euch, was ist Endix? Ist Endix ein neues Computerspiel? Nein, ist es nicht. Endix ist viel, viel mehr. Hunderte Millionen von uns Gamern sind bereit Kontinente zu bereisen, um an den großen Videospielconventions teilzunehmen. Schlappt ihr mir dazu? Wir leben sowieso in einer digitalen Welt. Wir erstellen Avatare, passen unsere Vorlieben an und formen unsere Charaktere. Wir verbinden uns als Teamkollegen und wir kämpfen als Rivalen im Spiel, aber wir sind gleich. Wir haben eine Online-Community aufgebaut, die in Lachen und Wut, in Sieg und in Niederlage stärker wurde. Das ist Endix. Ihr wisst immer noch nicht, was Endix ist? Okay, machen wir es einfach. Wir drehen uns doch einfach mal ganz langsam um, präsentiere euch die Spielemesse Endix. Noch eine kleine und wichtige Information für dich da draußen. Das ganze Event findet statt vom 13. bis zum 15. Mai 2022. Ihr habt die Möglichkeit, ein Ticket euch zu sichern für diese digitale, virtuelle Convention. Du fragst dich, wie du jetzt an dieses Ticket kommst? Ganz einfach. Scroll nach unten, Videobeschreibung. Und nun, hoffe ich, sehen wir uns am 13. Mai wieder. Oder natürlich früher. Bis dann, euer Punky vom Team Punk Let's Talk. Bye, bye. Bye bye.